Musik Herzlich Willkommen wieder zu einem Abend mit Gottes Haus, einen Ermutigungsabend und unser Credo ist wie immer, Gott hat mehr für dich. Gott hat wirklich mehr für dich. Wir wissen das und wir sind überzeugt, das ist etwas, was man als Wahrheit erst mal verstehen muss, nehmen muss, ergreifen muss. Das ist nicht nur eine Floskel, das ist eine Wahrheit. Gott hat immer mehr für uns. Und egal wie lange wir schon mit dem Herrn unterwegs sind, egal wie viel wir schon erreicht haben, wenn ich es mal so formulieren darf, Gott hat immer mehr für uns. Immer mehr, immer mehr. Man kommt nie an ein Level, wo es nicht noch mehr gibt vom Herrn. Aber das haben wir ja auf unserem Lebensweg auch oft erlebt, oder? War das so ein leichtes Ding irgendwie immer? Unser Lebensweg war schon ziemlich herausfordernd. Herausfordernd mit diversen holperigen Streckenabschnitten und so weiter, diversen... Tälern und Höhen. Tälern und Höhen. Ja. Manchen Tränen und manchen Siegen. Richtig. Wirklich vielen Siegen eigentlich, wenn man so zurückguckt, weil sonst würden wir heute hier nicht stehen. Und das ist auch unsere Ermutigung. Egal, ob du jetzt auch durch eine Phase der Herausforderungen oder der Schwierigkeiten gehst, wo du auch nicht siehst, wie das jetzt so weitergeht oder wie du rauskommst. Und das, was wir in diesen Situationen festgehalten haben, das ist, dicht an Jesus dran zu bleiben. Mit dem Heiligen Geist zu lernen, zu laufen und den Vater im Himmel zu preisen. Ja. Und das wollen wir auch immer am Anfang von den Livestreams so halten und tun, dass wir uns dem Wort Gottes wirklich zuwenden und Gott danken. Und heute ist das Thema hungrig, wie heißt es, hungrig nach mehr. Das ist ja ähnlich wie Gott hat mehr für dich. Hungrig nach mehr mit Fragezeichen. Das ist eine Frage. Ach so. Hungrig nach mehr. Okay, ja, dann bin ich gespannt, wie viel hungrige Leute hier sind. Und ich hatte eigentlich nur gelesen, hungrig nach mehr war die Überschrift. Und ich habe einen... Vor Jahren, also vor Jahren, da ging es darum, in der Gemeinde, wo wir damals waren, und wir haben versucht, mit Leuten zu sprechen über einfach geistliche Wahrheiten und dass es mehr, worauf es gibt, dass man sich ausstrecken kann. Und die haben überhaupt nicht verstanden, von was wir geredet haben. Das war kein gemeinsames Level. Und irgendwann haben wir erkannt, du kannst mit Leuten, die geistlich satt sind, die einfach abgefüllt sind, die satt sind, die zufrieden sind, kannst du nicht über die Dinge des Geistes sprechen im Sinne, dass du dich nach mehr ausstreckst. Es geht nicht. Das ist kein Vorwurf, das ist einfach nur eine Feststellung, wo ich sage, wie gut es ist, wenn der Herr einem diesen Hunger schenkt, wenn man sich da nach mehr ausstreckt. Das ist ein geschenktes Herr, also bin ich ganz von überzeugt. Ja, damals habe ich das manchmal so empfunden, wenn ich dann so zum Einkaufen unterwegs war, so einen Shopping-Tag gemacht habe und ich kam an einer Pommesbude vorbei. Und dann habe ich gedacht, ah, ich möchte gerne jetzt so eine richtig fette Tüte Pommes essen. Aber wenn ich in einem Restaurant gegessen hatte und ich kam auf dem Rückweg wieder daran vorbei, habe ich gedacht, Hilfe, das würde ich ja niemals essen. Und so war mir das manchmal so ein Bild für Leute, die satt sind, die sich irgendwie mit irgendetwas gefüllt haben oder die irgendwie schon abgefüllt sind. Sie werden keinen Hunger nach mehr haben, sondern sie sind einfach zufrieden mit dem, was sie aufgenommen haben. Aber das gilt hoffentlich nicht für dich. Nein. Sondern wir hoffen, dass du jemand bist, der sagt, ich will mehr vom Herrn, ich will mehr von Gott, ich brauche mehr, ich brauche mehr vom Heiligen Geist, ich brauche mehr Kraft, ich brauche mehr Freude, ich brauche mehr Erfüllung, ich brauche mehr Durchbruch. Jawohl, das ist ein Thema, worum geht es heute auch. Ja, cool. Ich habe einen Text gefunden aus Amos 8, Vers 11. Das ist einer der Propheten im Alten Testament. Und das ist eine Bibelstelle, die hat mich doch auch wieder sehr beschäftigt. Da lesen wir, siehe, es kommt eine Zeit, spricht Gott, Yahweh, Ich werde einen Hunger ins Land schicken, sagt Gott. Halleluja. Nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, also nichts im Natürlichen, sondern nach dem Wort des Herrn es zu hören. Und ich habe dann nochmal gelesen in der Übersetzung von, was war es nochmal, Hoffnung für alle, glaube ich, nee, von der guten Nachricht. Das sagt die gute Nachricht zu diesem Text. Weiter sagt der Herr, der mächtige Gott, es kommt die Zeit, da werde ich eine Not über das Land kommen lassen, die schlimmer ist als Hunger und Durst. Die Leute werden nicht nach Brot hungern oder nach Wasser lächzen, sondern verzweifelt darauf warten, von mir das rettende Wort zu hören. Ist das nicht eine Bibelstelle, die eine kraftvolle, eine Aussage in sich hat, die uns alle wirklich bewegen sollte oder sich ja auch bewegt. Es kommt eine Zeit, spricht Gott, Yahweh, da werde ich eine Hungersnot senden ins Land. Und das hat mich echt sehr angesprochen, weil das prophetische Wort, was wir ja auch gehört hatten, war ja das, dass es zu einer Sinnkrise kommen wird. Dass es Menschen geben wird, die nicht mehr wissen, wo oben, unten, hinten, vorne ist, weil ihnen jegliche Grundlage weggenommen ist. Und sie werden Fragen haben, wo ist Gott, wie finde ich Gott, wie ist das mit dem Glauben an Gott. Und ich glaube, dass das diese beschriebene Hungersnot werden könnte oder sein könnte. Oder schon da ist. Oder schon angefangen hat. Ein Hunger nach dem Wort Gottes. Nach dem lebendigen Wort Gottes. Nach dem Evangelium, nach der Rettung. Das war ja hier in dem Text formuliert, in der zweiten Übersetzung, auf das rettende Wort. Das rettende Wort. Und das ist es, worum es geht. Die Menschen werden in den vor uns liegenden Jahren diesen Hunger bekommen. Weil sie merken, dass das System, auf das sie sich so verlassen haben und auf das sie ihr Leben gebaut haben, kollabiert. Und sie werden auf etwas suchen, was Ewigkeitswert hat, was ihnen Sinn gibt, was ihnen Halt gibt, was ihnen Hilfe gibt. Und das ist das rettende Wort. Und wir glauben, diese Hungersnot, ein Verlangen, ein verzweifeltes Verlangen nach dem Wort Gottes wird kommen. Und an manchen Stellen merkt man schon, es bricht schon das Erste auf. Und es wird, ich bin sicher, es wird die gesamte Gesellschaft erfassen. Die prophetischen Worte sind da eindeutig. Es wird eine Begierde danach geben, das Wort Gottes zu hören. Und hier ist das ja auch die Rede nach dem lebendigen Wort. In dem Neuen Testament lesen wir ja, dass das lebendige Wort Christus selbst ist. Er ist das Wort, das gekommen ist in diese Welt zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das ist gemeint hier, wenn es heißt, sie werden verzweifelt darauf warten, von mir das rettende Wort zu hören. Wir brauchen Menschen, die aufgebaut sind, die stark sind im Glauben, damit sie anderen diese rettende Botschaft sagen können, dass sie anderen rufen können, dass sie anderen sagen können, ich habe etwas, ich kann dir den Weg zeigen und ich möchte, dass du dich wirklich mit Jesus, mit dem Glauben, mit Gott beschäftigst. Und du wirst darin das rettende Wort und das rettende Leben finden. Amen. Lass uns einfach jetzt beten, auch für den Abend, dass wir diesen Fokus behalten. Es geht um dieses rettende, lebendige, Durst- und Hungerstillende Wort des Herrn. Vater im Himmel, wir preisen und wir ehren dich. Wir danken dir, dass du das lebendige Wort, dass du Jesus selbst gesandt hast in unserer Welt. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und du hast ihn gesandt, damit wir nicht hungrig, nicht durstig, nicht verzweifelt, nicht am Ende sind, sondern eine Hoffnung haben, dass du uns Ewigkeit geschenkt hast. Herr, wir danken dir, dass du uns lebendigen Glauben geschenkt hast. Und wir preisen und ehren dich für jeden, der jetzt hier im Livestream ist, dass du dein Wort sendest, dass es aufbaut, erfrischt, rettet, wiederherstellt, befreit. Herr, wir danken dir von Herzen. Ja, Herr, durch dein Wort können wir gerettet werden. Es ist die Botschaft der Errettung und der Erlösung, es ist das Evangelium. Wenn wir dein Wort hören, können wir es für uns beanspruchen und können gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Und dass Menschen in diesem Leben diese Botschaft hören und dieses für sich ergreifen, annehmen, dass Christus für sie gestorben ist, stellvertretend am Kreuz. Dass sie das annehmen, das ist das Wichtigste, was sie im ganzen Leben hören müssen. Das ist das Wichtigste, worauf sie reagieren müssen. Und du bist derjenige, der einen Hunger nach dieser Botschaft in dieses Land gibt. Und bitte nicht nur in dieses Land, sondern auch auf die ganze Welt. Dass in den vor uns liegenden Jahren Menschen zu Millionen und Millionen und Millionen und Millionen diese Botschaft hören und für sich beanspruchen. Sie sollen Hunger haben, aber das ist ein Brot, das sie in Ewigkeit satt machen wird. Das ist ein Krank, wo Jesus, also der Frau am Brunnen sagt, du wirst nie wieder dürsten, wenn du das für dich beanspruchst. Und diesen Hunger, wir beten, dass du ihn gibst. Wir beten, dass du ihn auskippst. Ein Hunger nach dem geistlichen Wort Gottes. Das ist es, was wir am allermeisten brauchen in dieser ganzen verrückten Phase, in der wir uns befinden. Und wir beten, dass du diesen Hunger uns schenkst, wie du es hier verheißen hast in Propheten Amos. Yes. 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 Halleluja. Amen. Unser Gebet ist es einfach, dass du auch weiterkommst, dass du schließt dich einfach mit uns im Gebet zusammen. Schau das nicht nur an als etwas, was wir machen, sondern komm in Übereinstimmung mit Gebet, dass du auch selber dein Herz danach ausrichtest, dass der Wille Gottes in dir, in deiner Familie, in deiner Umgebung und in unserem Land passiert. Ja. Ein Ort mit 1.000 Einwohnern braucht man nur ein einziges positives Testergebnis pro Woche und man hat einen Inzidenzwert von 100. Wenn es zwei positive Testergebnisse pro Woche sind, ist es schon ein Hotspot. Und dann sind alle Maßnahmen gerechtfertigt. Einer auf 1.000 nur im positiven Test. Oder zwei auf 1.000 nur im positiven Test. Und weißt du was? Das gilt selbst dann, wenn niemand auch nur die geringsten Symptome hat. Das ist das, wo wir uns momentan drin befinden. Und das ist das, was momentan unser Leben in einer Art und Weise bestimmt. Und ja, im Klammergriff das Erleben abwirkt, auch in den Gemeinden und so weiter. Das sollte man sich wirklich durch den Kopf gehen lassen. Weißt du, was wir beten sollten? Einer verjagt 1.000. 2.000 verjagen 10.000. Die Bibel rechnet einfach anders. Die Bibel rechnet anders. Halleluja, wirklich. Herr, wir beten dafür, dass in dieser Phase, wo wir wirklich in dieser Bedrückung sind, auch durch die Maßnahmen, durch die Regulierung, wo Gemeinden in Bedrängnis sind, wo Familien in Bedrängnis sind, wo Leute in Gefahr stehen, ihre Arbeitssätze zu verlieren und so weiter. In diesem ganzen Szenario, wo kleine Firmen zusammenbrechen, wo Kurzarbeit ist, jetzt wo die Finanzen in Schwierigkeit kommen und, 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 und. Ja, wo von den Kleinsten in den Kinderkrippen bis zu den Alten in den Pflegeheimen die Leute leiden und leiden und leiden. Wir beten dafür, Herr, dass du eingreifst und dass diese Phase, durch die wir hier gehen, in etwas führt, was wirklich Gott gewirkt ist, was wirklich von dir kommt. Herr, wir wissen nicht, wie lange das geht, aber wir proklamieren, es wird in einer Bewegung Gottes enden. Es wird in diesem Hunger nach dem Wort Gottes enden. Es wird darin enden, dass Millionen und Millionen von Menschen, auch in unseren deutschsprachigen Ländern, den Herrn suchen und nach ihm fragen und ihn ergreifen. Egal, was hier geplant ist von irgendwem, egal, was hier läuft von irgendwem, egal, wer die Strippenzieher sind, die da hinterher sind und sonst was. Zustande kommt der Ratschluss des Herrn. Amen. Amen. Okay. So, gehen wir noch einen Schritt weiter in dem heutigen Thema Hungrig nach mehr. Und ich will da mal ein persönliches Erlebnis von den letzten Tagen eigentlich oder eine der letzten Nächte mit euch teilen. Die war sehr speziell und auch ganz besonders und die hat mich einfach auch auf dieses Thema wieder gebracht. Hungrig nach mehr oder wo stehe ich, wo sind die Fundamente und so. Also es war eigentlich kurz nach Mitternacht, als ich aufgewacht bin. Das habe ich manchmal, manchmal stehe ich dann auf und gehe in eine Gebetszeit mit dem Herrn. Und dann manchmal beginne ich in der Bibel zu lesen. Ich hatte schon Zeiten, wo ich nachts sehr beunruhigt war und habe dann sehr viel auch in den Psalmen gelesen, habe dann angefangen auch so zu beten, wie das in den Psalmen ist, wenn ich wirklich gemerkt habe, dass da eine feindliche Attacke gelaufen ist. Aber in dieser Nacht war es eigentlich nicht so, dass ich attackiert gewesen wäre, sondern es war einfach so, dass mir einige Dinge durch den Kopf gingen. So die Gedanken, die man so tagsüber so ein bisschen wegschieben kann, aber eben in der Nacht sind sie halt alle wieder da. Und so habe ich in diesen Gedanken mich bewegt und habe dann gemerkt, ich bewege mich auch wieder in meinen alten Trampelfahrten. Mit diesen alten Trampelfahrten, das ist so ein bisschen die Grenze zwischen, mache ich mir jetzt Sorgen oder bin ich jetzt so richtig mit dem Herrn unterwegs oder beurteile ich einfach nur die Situation. Aber ich habe gemerkt, es kostete mich schon ein bisschen Mühe, mich da wieder herauszubewegen. Und ich weiß, dass diese Trampelfahrten mir wirklich nicht gut tun und manchmal benutzt sie der Feind tatsächlich, um mich zu irritieren, um mich irgendwie zu frustrieren, um mich irgendwie glaubensmäßig zu schwächen oder was auch immer er sich da so vorgenommen hat. Jedenfalls meint er, ich sollte lieber eine Abbiegung nehmen und dann wird das einfach so negativ in diesen Gedanken. Aber in diesen Gedanken waren auch so ein paar wirkliche Besorgtheiten reingemischt. Und ich kam dann auch bei diesen Maßnahmen an, bei den Konflikten, bei dem, was uns Menschen zurückmelden, was sie derzeit beschäftigt, was sie sehr herausfordert, Mütter, die für ihre Kinder sorgen und die auch Fragen haben und alle diese Dinge. Und insbesondere beschäftigte mich natürlich dann auch dieser letzte Donnerstag mit diesen gravierenden Veränderungen, die wir ja jetzt alle schon erleben und erleben werden. Und ich denke, das Datum von diesem letzten Donnerstag, das wird in der Geschichtsschreibung auch wiedergefunden werden. So, also ich lag nun da und habe mit meinen Gedanken so meine Runden gedreht und habe dann auch angefangen, mit dem Herrn darüber zu sprechen. Am Anfang war es irgendwie so ein bisschen so ein Lamentieren, so, ja, und wie geht das denn? Und was ist denn da? Und irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich zum Herrn gesagt habe, wie soll denn dieses Fiasko enden? Und es dauerte noch nicht mal eine Sekunde, da antwortete der Herr mir und sagte, in Herrlichkeit, wie soll das Fiasko enden? war meine Frage und er antwortete, in Herrlichkeit. So, das hat mich rauskatapultiert aus diesem, um das Problem rumrum marschieren, um dieses Befürchtungsding drumrum marschieren, um diese negativen Gedankenkonstrukte, um dieses Ganze, was sich dann auch so eine Schwere macht, sich da ja manchmal breit. Und ich hatte auf einmal Luft und ich wusste, hey, der Herr ist in Kontrolle. Er ist nicht überrascht und er ist wirklich dabei, seinen Plan umzusetzen. Wie soll dieses Fiasko enden in Herrlichkeit? Das war echt stark und ich lächelte und ich hatte mich wirklich gewundert über diese schnelle Antwort. Herrlichkeit, das ist immer Gottes Plan und Herrlichkeit, das wird er denen bereiten, die ihn lieben. Und du und ich, wir werden diese Herrlichkeit, diese Pläne, die er hat für uns, für unser Leben, für unsere Kinder, für unsere Verwandtschaft, für alle Leute, die uns am Herzen liegen, und er wird uns diese Herrlichkeit erleben lassen. Da bin ich wirklich ganz, ganz sicher. Und als ich dann so weiter gebetet habe, dann habe ich gesagt, Herr, bitte schenk mir diese geöffneten Augen des Herzens, dass ich sehe. Weißt du, das eine ist, wenn der Herr dir sagt, in Herrlichkeit. Das andere ist, lass mich diese Herrlichkeit sehen. Lass mich sehen, was du vorhast. Lass mich deine Stimme noch mehr hören. Lass mich sehen mit geöffneten Augen des Herzens. Nicht nur, dass meine Perspektive die ist, die ich wahrnehme, sondern mein Inneres höher kommt auf eine andere Ebene, wo ich seine Dinge wahrnehme. Und dann fiel mir dieses Wort mitten in der Nacht ein von dieser Augensalbe. Nun hatte ich gebetet um geöffnete Augen und dann habe ich gedacht, okay, da gab es doch dieses mit der Augensalbe, dass wir Salbe für unsere Augen bei Jesus kaufen sollten. Und da habe ich gedacht, hey, da muss ich wirklich mal nachlesen, um was es da genau ging. Und so landete ich in Laodicea. Nein, nicht wirklich. Ich landete nicht in Laodicea, sondern ich landete bei dem Sendschreiben, an die Gemeinde dort. Und das hat in mir schon ein ernsthaftes Wieder-drüber-Nachdenken über dieses wichtige Sendschreiben in Gang gebracht. Das war schon wieder für mich etwas, wo ich wirklich ins Fragen gekommen bin, wo wirklich Dinge wieder in mir ganz neu bewegt wurden. So dieses Sendschreiben und wo es heißt von Jesus, kauft Augensalbe bei mir, das lesen wir in Offenbarung 3, Vers 18. Kauf dir Augensalbe, die deine blinden Augen heilt. Als ich den Satz näher betrachtet habe, da fiel mir auf, dass er von Jesus, dem Absender dieses Sendschreibens, an die Gemeinde in Laodicea war. Und dieses Kaufen von seiner Augensalbe, das war doch sehr deutlich eine Aufforderung, die nicht nur eine gute Idee oder nicht nur, du hör mal, ich habe auch Augensalbe, könntest du auch mal versuchen, sondern wir werden gleich in dem Durchgehen dieses Sendschreibens, werden wir gleich bemerken, wie dringlich, wie ernsthaft es ist, wenn wir bei Jesus Augensalbe kaufen. Und wir sollten eigentlich nicht die sein, die blinde Augen haben, die verklebte Augen haben, die Augen haben, die nicht sehen, die keine geöffneten Herzensaugen haben. Das ist das Anliegen, was Martin und ich haben, dass wir trainieren, dass wir auffordern, dass wir darüber sprechen, dass wir dich ermutigen. Dann las ich dieses Sendschreiben mal so im Ganzen und es wurde mir wieder ganz wichtig, dass wir in auch einer Situation sind, in der diese Bibeltexte der Offenbarung ganz neu gelesen und studiert werden müssen. Wir haben ja bei uns im Shop ein Buch von David Posen, was die Offenbarung erklärt, was es verständlich macht, was diese Texte der Offenbarung in unser Leben hineinbringen kann, ohne dass wir da immer denken, das ist ein Buch mit sieben Siegeln. Die sieben Siegel kommen nämlich auch in der Offenbarung vor. Das ist nicht nur so ein Sprichwort, das ist ja ein Ding mit sieben Siegeln und ich weiß nicht, sondern das ist wirklich von den sieben Siegeln die Rede in diesem Buch der Offenbarung und dieses Buch ist geschrieben für uns, für diese Zeit jetzt. Und das sollten nicht die Bibelseiten in deiner Bibel sein, die noch verklebt sind, nachdem du deine Bibel vor 15 oder 20 Jahren gekauft hast, sondern wir wollen die sein, die wirklich von diesem Offenbarungsbuch lernen und es ist ein Buch, was den triumphalen Einzug von Jesus, von diesem Lamm Gottes uns nahe bringt. Das ist eigentlich ein Lobpreisbuch und ich weiß, dass das manche jetzt herausfordert, weil auch nicht nur die Lobpreisdinge da beschrieben sind, sondern es sind eben auch andere Dinge geschrieben. So, aber in diesem Offenbarungstext, Offenbarung 3, Vers 18, da lesen wir, da sagt Jesus zu der Gemeinde in Laodicea an den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe. Dies sagt dir der eine, der die Erfüllung aller Zusagen Gottes ist, sein treuer und wahrhaftiger Zeuge. Er ist der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat. Ich kenne dich genau und weiß alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch das eine oder das andere, aber du bist lau und deshalb werde ich dich ausspucken. Du bildest dir ein, ich bin reich und habe alles, was ich brauche. Mir fehlt es an nichts. Da machst du dir selber etwas vor. Du merkst gar nicht, wie jämmerlich du in Wirklichkeit dran bist. Arm, blind und nackt. Darum solltest du dich endlich um den wahren Reichtum bemühen, um das reine Gold, das im Feuer geläutert wurde. Nur dieses Gold macht dich reich und nur von mir kannst du es bekommen. Lass dir auch die weißen Kleider von mir geben, damit du nicht länger nackt dastehst und dich schämen musst. Kauf dir Augensalbe, die deine blinden Augen heilt. Bei allen, die ich liebe, decke ich die Schuld auf und erziehe sie mit Strenge. Nimm dir das zu Herzen und kehre um zu Gott. Merkst du es denn nicht? Noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben und er mit mir. Und dann kommt diese ganz, ganz geniale Stelle am Schluss. Wer überwindet und den Sieg erringt, der wird mit mir auf meinem Thron sitzen, so wie auch ich mich als Sieger auf den Thron meines Vaters gesetzt habe. Wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist der Gemeinde sagt. So, diesen Bericht aus Offenbarung 3, den wollen wir uns ein bisschen näher anschauen, ihn so ein bisschen beleuchten, weil er für uns als gläubige Menschen der Endzeit in diesen endzeitlichen Tagen von einer großen Bedeutung ist, von einer großen Aufforderung, eine Botschaft direkt vom Herrn, auch für uns. Wir werden das noch sehen. Und die Offenbarung 1, im ersten Vers sagt uns auch, dass Johannes, der treue Diener von Jesus, dass Johannes, dieser Jünger von Jesus, der auf Patmos diese Offenbarung empfangen hat und aufgeschrieben hat, das steht in Offenbarung 1, Vers 1. Und er hat eben auch diese Sendschreiben festgehalten. Da heißt es, dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinem Knecht Johannes kundgetan. So, Johannes ist der Schreiber von der Offenbarung und eben hat das Sendschreiben auch festgehalten. Und der Absender von dem Sendschreiben an die Gemeinde ist Jesus selbst. Der Empfänger des letzten Sendschreibens, des siebten Sendschreibens ist eben die Gemeinde in Laodicea. Und schauen wir uns diese siebte Gemeinde ein bisschen an, die dieses Schreiben erhält. Interessant war für mich mal wieder zu lesen, dass diese sieben Sendschreiben, von denen wir da hören, von anderen Gemeinden, anderen Städten, Orten, die da waren, dass diese sieben Sendschreiben an alle sieben Gemeinden geschickt wurden. Ich hatte irgendwie so im Kopf, dass jede Gemeinde ihre, ihr Schreiben bekommen hatte. Aber das ist nicht so, sondern alle Gemeinden haben alle sieben Sendschreiben bekommen. So war es also so, dass die erste Gemeinde auch das von der sechsten, von der fünften und von der siebten gelesen hat. Und alle konnten diese Schreiben sehen und lesen und hören. Und ich denke, da hat es schon einige Verwunderung gegeben. Und einiges war bestimmt sehr beschämend und sehr krass. Mit Offenheit und im Licht stehend wurde jede Gemeinde betrachtet. Sozusagen von Jesus wurde der Zustand genau beurteilt. Das Entschreiben an die Gemeinde von Laodicea ist detailgetreu berichtet. Und die Worte von Jesus beschreiben die Situation und den Zustand im Natürlichen sehr genau. Es werden viele Details aufgezählt, die diese Stadt im Natürlichen ausmachte. Und das ist der springende Punkt hier. Das, was im Natürlichen war, hatte auch Einzug in die Gemeinde Gottes genommen. Es gab keine Unterscheidung von der Gemeinde in Laodicea zu dem Natürlichen, Weltlichen und der Gemeinde im Eigentlichen, sondern sie waren wie soll ich sagen, vermischt mit dem, was in der Welt war. Und das ist etwas, wo ich dachte, für viele gläubige Menschen ist es wichtig, dieses Schreiben für die Gemeinde in Laodicea zu lesen, um zu prüfen, wie stehe ich, wo stehe ich, wie sind meine Fundamente. Und wenn ich sage Gemeinde, dann ist das nicht ein Vorwurf an die Gemeinde hier und die Gemeinde dort oder irgendetwas. Und es ist nicht Abstraktes, sondern es ist das, was die Bibel als die Ekklesia, als die Herausgerufenen, als die Gläubigen, als die Kinder Gottes bezeichnet, die, die Jesus ihr Leben gegeben haben und die gesagt haben, dass er Herr sein soll in ihrem Leben. Und sie alle haben ja einen Namen im Natürlichen. Weißt du, wir können nicht sagen die Gemeinde, sondern die Gemeinde hat Menschen, die in ihr leben, unter ihr leben, vielleicht unter der Identität, die die Gemeinde vorgibt oder die Richtlinien der Gemeinde vorgibt oder die sagt, ja ich bin in der Gemeinde, aber sie haben nie gelernt, auf eigenen Fundamentensäulen ihren Glauben zu bauen, sondern sie haben sich darauf verlassen, dass das ja in der Gemeinde stattfindet. Und das ist ein bisschen das, wo ich sage, es dreht sich hier, wenn es heißt Gemeinde, dreht es sich um einzelne Menschen, einzelne Gläubige, die dort in Laodizea sich zur Gemeinde zählten. Die Stadt, in der Laodizea, die Laodizea Gemeinde angesiedelt war, ist eine sehr berühmte Stadt gewesen und wir werden gleich sehen, wie Jesus diese, wie gesagt, natürlichen Dinge in seinem Schreiben an diese Gemeinde in den geistlichen Zustand aufhebt. Weit über ihre Grenzen hin kannte man Laodizea und wenn jemand aus Kleinasien so im Gespräch sagte, ich wohne in der Stadt, dann wusste jeder, der wohnt in Laodizea, das war die Stadt, also die Stadt, die wirklich jeder kannte. der Gründer der Stadt hatte der Stadt seinen Namen gegeben, von der, nein, nochmal, der Gründer der Stadt hatte ihr den Namen seiner Frau gegeben und er hatte wirklich diese Stadt zu Reichtum und Ansehen aufblühen lassen. Es waren eigentlich drei Faktoren, die diese Stadt reich und angesehen gemacht hatten und die hatten sie zu einem wirklich überheblichen Stolz zu Unabhängigkeit, zu Gleichgültigkeit eigentlich verführt. Erstens war es der wirtschaftliche Erfolg von den Banken, es war echt ein Bankenzentrum, zweitens war es die medizinische und kosmetische Ausrichtung in all ihren Formen und dann gab es noch die Stoffverarbeitung. Laodicea war ein wirkliches Zentrum, eine Handelsstadt, die durch verschiedene Ressourcen zu Reichtum und Ansehen gekommen war. Zudem befand sie sich in der Mitte von Phrygien, das war eine Handelsroute, die da durch die Stadt führte oder an der Stadt vorbeiführte und die hatte durch die Händler und durch diesen Handel und Wandel hatte das dafür gesorgt, dass da so richtig Aufschwung, richtig Verdienst, richtig diese Dinge alle in Gang kamen. Eine der wichtigsten Dinge, die den Reichtum gebracht hatten, das war ein besonderer Stoff, der gewonnen wurde von einer bestimmten Schafrasse, die schwarze Wolle hatte. Und diese schwarze Wolle wurde zu einem ganz weichen, seidigen, schwarzen Stoff verarbeitet und der war überall über die Grenzen hinweg bekannt geworden und Händler verbreiteten diesen Stoff in jeder Richtung und das war eine wirklich mega große Einnahmequelle. Aber das war nicht das Einzige, sondern Laodicea war auch bekannt als eine ganz gesunde Stadt. Das findet heute ja wieder in unserer Zeit eine besondere Betonung Hauptsache gesund und bleiben sie ja gesund und wir kümmern uns um ihre Gesundheit und all diese Dinge. Ein ganz neu aufgelegtes Thema und das war es bei Laodicea auch. Eine gesunde Stadt, weil es ein bestimmtes Klima dort gegeben hat und das war auch eine Sache, weshalb viele Heilbehandlungen dort gemacht wurden. Es waren viele kosmetische Behandlungen dort und viele Leute reisten dorthin, um sich im Körperlichen dienen zu lassen. Und durch dieses Klima und durch die Bodenbeschaffenheit, die dort war, kam es auch dazu, dass ich da schon ganz früh medizinische Ausbildungsstätten, Schulen, solche Niederlassungen von Ärzten wirklich reichhaltig angesiedelt hatten. Also nicht nur die Sache an sich, dass es ein gesundes Klima dort gab, sondern eine Ausbildungsstätte, Krankenhäuser, nicht wie wir sie heute kennen, aber wo Menschen behandelt wurden mit den damaligen Dingen, die man dort hatte. Und weil es immer und in allem um Heilung und Gesundheit ging, wurde dort natürlich auch ein Gott angebetet. Der Gott Mähen wurde angebetet. Das war der Gott der Heilung. Und es wurden spezielle Medikamente, der David Porsen hat in seinem Buch über die Offenbarung geschrieben, dass dort auch Drogen und Arznei hergestellt wurden. Das habe ich jetzt so bei anderen historischen Berichten nicht so gefunden, aber ich weiß, dass sie spezielle Medikamente, Medizin hergestellt hatten. Und auf eine von diesen Medizingeschichten nimmt Jesus Bezug. Und das ist genau das, dass Laodicea bekannt geworden war durch dieses Medikament von einem mineralhaltigen Boden, von dieser Bodenbeschaffenheit, die da war, wurde ein Pulver abgebaut und dieses Pulver hat man mit Wasser angerührt und das wurde auf die Augen aufgetragen und das soll eine heilende oder vielleicht auch beruhigende kosmetische ich weiß nicht welche Art die Auswirkung gewesen ist, aber diese Salbe, die wurde auf die Augen aufgestrichen und dieses Pulver wurde hin und her verkauft und verbreitet und viele Leute kamen extra zu Behandlungen nach Laodicea um da gesund zu werden also die Stadt war geprägt von berühmt reich gesund unabhängig das Ziel aller Bewohner die dort lebten und weißt du was ich habe gedacht das ist so das Ziel von vielen Leuten berühmt werden reich werden gesund sein alles machen können alles sich gönnen können abgesichert sein Wohlstand und all diese Dinge als erstes und Gesundheit als oberstes Prinzip ich sage nicht dass Gesundheit schlecht ist ich sage nur dass es der Haupt Fokus hier in Laodicea war eine bemerkenswerte Sache habe ich auch noch gefunden über ein Erdbeben das es in Laodicea gegeben hatte und was Laodicea in Schutt und Asche gelegt hatte und dann habe ich da aus den Hintergrund Informationen von historischen Berichten etwas gefunden das ist nämlich auch etwas was dieses du denkst du wärst reich und unabhängig und du brauchst nichts das genau ist das was Jesus angesprochen hat und was sich auf diese Sache mit diesem Erdbeben in Laodicea bezieht vorher hatte es in der Stadt Philadelphia die ein Stück weiter weg liegt aber trotzdem nicht so irreweit weg da hatte es ein Erdbeben gegeben und hatte diese Stadt zerstört und die Leute in Philadelphia die haben Rat und Hilfe und Versorgung von Rom angefordert und Rom schickte großzügige Subventionen sodass der Aufbau der Stadt Philadelphia wieder beginnen konnte und man hat die Stadt wieder mit diesen Mitteln aufbauen können und der Kaiser erließ sogar den Bewohnern von Philadelphia fünf Jahre lang die Steuern damit die Stadt wieder sich erholen konnte aber in Laodicea war das ganz ganz anders als als es in Laodicea ein Erdbeben gegeben hat das hat man auf das Jahr 60 oder 61 nach Jesus nach Christus datiert da war das nämlich eine ganz andere Sache man lehnte nämlich die Unterstützung aus Rom ab mit der Begründung wir schaffen das wir schaffen das alleine der römische Geschichtsschreiber Tacitus berichtet im selben Jahr wurde Laodicea eine berühmte unter den asiatischen Städten durch ein Erdbeben in Schutt und Asche gelegt aber sie erholten sich durch ihre eigenen Ressourcen ohne jegliche Hilfe als ihnen aus Rom Hilfe beim Wiederaufbau angeboten worden war war ihre Antwort nein danke brauchen wir nicht wir schaffen das auch ohne euch und so war es auch sie schafften das ganz ohne äußere Hilfe aus eigener Kraft denn sie brauchten tatsächlich niemand sie bauten diese Stadt wieder auf noch besser noch schöner noch edler und viele Häuser hatten Inschriften von reichen Händlern von reichen Kaufleuten von reichen Bankleuten Geld Besitzern die die Häuser noch edler ausgestattet hatten und das war etwas was Jesus genau in diesem Sendschreiben auch erwähnt und das ist ganz interessant wenn man das liest was was noch dazu kam in dem Sendschreiben das wissen wir ja alles so aus dem Wort lauf ach dass du kalt oder heiß wärst aber weil du lau bist will ich dich aus meinem Mund ausspeien das hat folgenden Hintergrund in diesen natürlichen Gegebenheiten die es in Laodizea gab denn Laodizea lag wie gesagt etliche Kilometer nur von Philadelphia entfernt und Philadelphia war eine vulkanhaltige Zone und in der Nähe von Philadelphia sprudelten heiße Quellen heiße Geysire und auf dem Weg von Philadelphia bis das Wasser durch das Gestein sich gearbeitet hatte auf dem Weg zum Meer hat es zahlreiche Mineralien aufgenommen und so kam es dass dieses Wasser zwar besonders gut war aber es diente nur in Philadelphia in den heißen Quellen dazu Bäder anzubieten und alle diese Dinge aber wenn es dann beim Meer angekommen ist war es am Meer kalt wenn es aber in der Mitte also man muss sich vielleicht so vorstellen Philadelphia und dann Laudizea und dann das Meer Laudizea lag etwa in der Mitte auf dem Weg den dieses Wasser nehmen musste und wenn es in Laudizea ankam war es lauwarm das das meint Jesus wenn er sagt wärst du doch kalt oder heiß aber weil du lauwarm bist deshalb kann man dich nicht genießen deshalb muss man dich ausspucken lauwarmes Wasser kann niemand genießen so weit die Beschreibungen im Natürlichen die wirklich sehr detailgetreu von Jesus in seiner Ansage an diese Gemeinde beschrieben sind und das hat mich wirklich beschäftigt weil Jesus da so dieses Natürliche das was die Leute in der Welt lebten in ihrem natürlichen Umgebungsraum dass sie das von Jesus echt so vor die Nase gehalten bekommen und wo er quasi eine Übertragung auf ihre Herzen auf ihren Glauben auf ihre geistliche Situation macht so für mich war wichtig dass wir bemerken von diesem Text her dass wir selber uns prüfen müssen in Bezug auf Gleichgültigkeit Unabhängigkeit Stolz irgendwelche solche Dinge die Jesus hier anprangert haben wir auch damit etwas zu tun wie sind unsere Fundamente wie ist unser Glaube wie ist unsere Sicht unseres Glaubens wie fest ist unser Glaube gegründet wir befinden uns zurzeit in einem Training und in der Zurüstung in der Ausrichtung in einer sehr herausfordernden Zeit für eine sehr herausfordernde Zeit wir alle merken das wir sind in eine sehr sehr herausfordernde Zeit gekommen diese Zeit wird uns noch noch mehr beschäftigen sie wird noch mehr uns diese Hitze spüren lassen und wir müssen für diese Zeit gerüstet sein und das geht nur wenn unsere Glaubensfundamente wenn unser Glaube geprüft aushält also wenn Gott ihn prüft und wenn wir gut dastehen wir sind dabei die Ernte vorzubereiten das müssen wir uns immer wieder in Erinnerung rufen es ist eine große Ernte am Ende der letzten Tage von den Propheten angesagt und wir merken alle oder in manchmal wenn ich sorry wenn ich manchmal bete dann ist es so dass ich merke die Halme sind weiß und sind reif zur Ernte und deswegen war mir das am Anfang auch dieser Vers aus Amos 8 so wichtig er wird eine Hungersnot nach dem lebendigen Wort Gottes senden und wir müssen Leute sein die vorbereitet sind für diese Ernte die wach sind die nicht mehr mit Gleichgültigkeit mit den Dingen der Welt mit Hauptsache reich berühmt schön gesund zu tun haben sondern wir müssen Leute sind andere Leute zu ziehen du und ich wir sollen in der Ernte gefunden werden und dazu ist es nötig dass wir fokussiert geläutert ernsthaft und hingegeben ausgerüstet sind die Gemeinde in Laodicea war alles andere als das die Gemeindemitglieder die waren in so einer Art Selbstgefälligkeit und Gleichgültigkeit unterwegs sie waren eher der Meinung alles zu haben was das Leben so ausmacht und sie waren völlig im System der Welt um sie herum gefangen infiltriert nicht mehr fähig das Reich Gottes zu unterscheiden oder es auszubreiten weißt du wenn du zu viel in der Welt unterwegs bist wird es dir schwer fallen eine Unterscheidung zu machen dann wird sich dein Glaubensleben in das Leben der Welt hinein anpassen dann wirst du nicht mehr in der Schärfe des Glaubens unterwegs sein sondern du wirst immer hin und her geworfen sein du wirst nicht heiß sein und nicht kalt sein sondern du wirst immer dich in diesem Zwiespalt in diesem Dämmerungsding befinden und du wirst nicht wirklich wissen wo die eigentliche Schärfe ist ich brauche nichts ich habe alles ich schaffe das ist das nicht eigentlich der Umkehrschluss von dem Bibelfers aus Johannes 15 Vers 5 wo Jesus sagt denn ohne mich könnt ihr nichts tun wenn du sagst ich brauche das alles mit dem Glauben nicht so wirklich dich und ein bisschen Glauben reicht mir ein bisschen ja das ist schon alles okay so aber ja wir wollen mal nicht alle so ganz hart mit uns selber umgehen das ist nicht mehr die Zeit jetzt dafür verstehst du es ist die Zeit jetzt aufzustehen ernsthaft zu sein in Kraft vorwärts zu gehen wirklich ausgerüstet zu sein damit du in der Ernte gefunden wirst vielleicht kann man auch sagen dass die Rede wir haben alles wir schaffen das auch unser Leben vor der Krise bezeichnet hat mir fiel das so ein wir reden ja oft oder vielleicht haben wir es mittlerweile auch wirklich verstanden und begriffen dass es dieses vor der Krise nicht mehr geben wird und trotzdem war dieses Leben was wir ja alle so kannten auch das Gemeindeleben was wir so kannten dieses Hauptsache hinterher der Kaffee in der Gemeinde Hauptsache wir treffen uns in unseren sozialen Bezügen so alle diese Dinge wir haben uns ja da auch arrangiert wir haben auch in diesen noch weiter noch höher noch besser noch reicher noch schöner noch gesünder so hatten wir die Ausrichtung ja auch oft und jetzt merken wir aber dass es einen shift gegeben hat eine Veränderung dass wir wirklich merken wir kommen in eine neue Zeit und es wird am Ende der letzten Tage in eine Ernte reingehen und ihr Lieben wir müssen uns jetzt bereit machen wir sollten uns bereit machen wir können uns bereit machen und uns sollte es nicht so gehen wie hier in Laodicea dass wir weder kalt noch heiß sind nichts Konkretes man macht das eben so mit und wenn es noch ein paar Abhängigkeiten so im persönlichen Leben gibt die dann dazukommen die hat man dann so ein bisschen ignoriert und so ein bisschen runtergedrückt und ja ich kann ja nicht anders ihr Lieben die Zeit dafür ist wirklich zu Ende gegangen es ist ein bisschen liebäugeln mit der Welt dabei gewesen so mit einem Fuß in der Welt zu sein in ihren Absichten in ihren Ansichten zu stehen sich mal was gönnen und mit dem anderen Fuß in der Gemeinde und das ist etwas was Jesus in diesem Brief hier an diese Gemeinde in Laodicea ganz deutlich rügt er sagt nicht oh Leute ich verstehe euch sondern er sagt so seid ihr ihr hinkt auf beiden Seiten ihr seid weder das eine noch das andere aber wir wollen doch Leute sein die mit dem letzten Vers der von Jesus geschrieben wird wer den Sieg erringt soll mit mir auf dem Thron sitzen weißt du was es gibt einen Kampf den wir zu kämpfen haben es ist nicht nur etwas was wir mal in Erwägung ziehen sondern der Kampf ist uns verordnet jemand hat gesagt viele Christen sind so im Gebet sehr gut dabei und sind sehr stark so voran zu gehen und so was aber sie schaffen es nicht den Knopf am Fernseher zu drücken dass der Fernseher aus ist und das wenn dich das betrifft hör auf ständig dich mit den weltlichen Nachrichten und Infiltrationen und den Ansichten und den Absichten und den Ratschlägen und den bleiben sie gesund Dingen zu beschäftigen und das immer in dich aufzunehmen sondern fang an wirklich dich nach dem kostbaren umzuschauen nach dem geläuterten Gold was jetzt gleich noch in dem Text kommt nach diesem was Jesus dir anbietet das zu ergreifen das in dich aufzunehmen und danach dich auszustrecken in dem Buch von dem David Parson der da über die Auslegung der Offenbarung schreibt da hat er diesen Tatbestand der Gleichgültigkeit also mit diesem gleichgültig das war ja bei den Laodizären eine wirklich markante Sache es war ihnen mehr oder weniger egal was mit dem Evangelium passiert ist man hat es einfach nicht mehr so im Fokus gehabt man hat sich vielleicht getroffen man hat sich ausgetauscht aber dieses brennen für das Evangelium das war eben nicht mehr da und das war einer Gleichgültigkeit gewichen weder das noch das eben so man kann es so oder so haben und der David Posen der schreibt über diese Gleichgültigkeit in seinem Buch folgendes ich höre Christen oft angeekelt darüber reden dass die Welt Christus gegenüber so gleichgültig ist doch Christus ist viel betroffener über die Gleichgültigkeit in der Gemeinde denn das ist die Ursache der Gleichgültigkeit in der Welt glauben sie mir wenn eine Gemeinde Feuer hat werden die Menschen in der Welt ihr gegenüber entweder heiß oder kalt sein entweder werden sie vehement dagegen oder leidenschaftlich dafür aber die Leute draußen werden nicht lau bleiben wenn die Gemeinde drinnen nicht lau ist sie werden Position beziehen und eine Gemeinde die heiß ist macht die Welt entweder kalt oder heiß sie wird nicht dazu beitragen dass die Welt lau ist und wenn draußen Gleichgültigkeit herrscht müssen wir uns als erstes fragen liegt es daran dass drinnen Gleichgültigkeit herrscht also er geht schon sehr mit uns als den herausgerufenen als der Ekklesia ins Gericht dass er sagt hey wenn du gleichgültig bist in deinem Leben dann beschwer dich nicht dass die Welt von der wir ja immer so ein bisschen reden wenn die Menschen in der Welt auch nicht für nötig halten heiß zu werden sondern das ist dann aufgrund unserer eigenen Gleichgültigkeit das waren sehr ernste Worte die ich da noch mal gelesen hatte wir haben einige mails erhalten so auch schon ich denke am ende des letzten jahres fing das so an da ging es genau um diese krisenzeit in die wir reingekommen sind und einige von den zuhörern vielleicht die jetzt auch noch mit im live stream sind die haben uns geschrieben dass sie dankbar für die krise sind denn sie haben dadurch zurückgefunden zu einem neuen tieferen glauben an jesus der konkreter direkter und kompromissloser geworden ist sie haben geschrieben dass sie erst jetzt die ernsthaftigkeit und auch den preis des glaubens verstehen sie lesen wieder anders das wort gottes nehmen die verheißungen wahr und sie haben gehört und gelernt dass man das lebendige wort gottes in das eigene leben ganz neu einpflanzen kann und proklamieren kann ein neues gebets leben eine neue sehnsucht nach der beziehung zu jesus hat wieder raum bekommen andere dinge sind in den hintergrund getreten die man so als wichtig erachtet hatte die ehre gottes seine ziele und der eifer für ihn und sein reich haben wieder an fahrt aufgenommen preis den herrn für neues leben und für eine neue erste liebe auch wenn sie sich durch diese erschütterung in ganz neuem alten fundament wieder gründet das ist etwas wo gleich gültigkeit raum gemacht hat und ich kann nun nicht sagen vielen dank herr für die krise sondern ich weiß dass er die dinge die der feind zum bösen setzt dass gott diese dinge für uns immer zum guten setzt und das was die menschen uns da geschrieben haben das ist wirklich überprüfung der eigenen fundamente was glaube ich wirklich und in dem senschreiben was jesus an die gemeinde in laodizea richtet ist es eben auch so dass er da nicht schmeichelt und dass er da nicht gleich so die gnaden worte drüber kippt und sagt naja ich verstehe das ja alles macht nichts ihr schafft das schon wieder nein das macht er nicht in seinen worten ist wirklich diese zurechtweisung zu hören und das ist manchmal auch das was das wort gottes in unserem leben auch tut es bringt uns zurecht es ist zurechtweisung es ist wirklich die dinge gerade zu schneiden so heißt es im wort gottes es ist das wo trennung stattfindet wo ich wirklich sehen muss was ist dunkelheit und was ist licht was heiß was ist kalt und es ist so dass trotzdem nachher am ende des senschreibens jesus den leuten dort einen guten rat gibt er sagt ich rate dir kaufe bei mir was für eine eigentümliche aussage er meint damit den direkten hinweis wendet euch ab von dem wo ihr denkt dass es da eure sicherheit gibt wendet euch mir zu kauft bei mir ein und so wie im natürlichen diese drei dinge aufgeführt werden so nennt jesus drei dinge die im geistlichen im glaubensleben wichtig sind ich rate dir kaufe von mir im feuer geläutertes gold damit du reich wirst das war das Beispiel vom reichtum laudizeas und jetzt sollen sie im feuer geläutertes reines gold von jesus kaufen das ist leben in ihm das ist gnade und wahrheit das ist versorgung und hingabe an ihn das meint geläutertes gold das meint den reichtum in ihm ergreifen das zweite ist und kaufe von mir weiße kleider damit du nicht damit du dich anziehst und die schande deiner nacktheit nicht offenbar werde das ist laudizea mit dem schwarzen stoff den sie hergestellt haben jesus hat genau das gegenteil immer betont sie sollen weiße kleider tragen er will sie mit weißen kleidern bedecken das ist das wenn er uns die schuld abwäscht wenn sünde vergeben wird wenn er uns reinigt von jeder ungerechtigkeit wenn er uns bedeckt mit weißen kleidern weiße kleider stehen für buße und das sündhafte in uns menschen und für die reinigung des blutes des lammes gott wollte ihnen weiße kleider geben damit die schwarze bedeckung ihrer herzen weggenommen wird kaufe augensalbe bei mir das ist das dritte zum bestreichen deiner augen damit du sehst das war die beschreibung aus dem alltagsleben das jesus hier gebraucht diese produzierte salbe diese hoffnungssalbe dass die augen dadurch gesund werden das war dieser blick auf das natürliche und jesus sagt hey kauf augensalbe bei mir bestreiche damit die augen deines herzens damit du mich siehst bestreiche die augen deines herzens dass du klare sicht hast auf die dinge damit du unterscheidung hast damit du weißt was das leben wirklich ist geistliche sehen und geöffnete augen durch geheilte augen von jesus augen die unterscheiden können was gut und böse ist und dieses was jesus geben wollte was jesus gegeben hat was jesus anbietet kauf bei mir nehmen von mir das ist das was wir als das leben in christus in fülle kennen salbe von jesus kaufen heißt diese salben auf die augen unseres herzens streichen dass wir uns sehen in seinem licht und auf ihn blicken können wenn wir diesen text heute für uns lesen und annehmen das herausziehen wo jesus auch an unsere so an unseren glaubens inhalt so diesen messstab anlegt und nehmen können was gut ist und buße tun über die dinge die nicht gut sind das ist das wo ich denke wenn ich heute diesen text lese der hat mich wieder ganz neu dahin gebracht zu sagen herr ich brauche auch augensalbe ich brauche diese salbe für mein herz dass ich die dinge wirklich sehe die du für mich hast es ist immer sein herzens anliegen eine reinigung in uns voranzutreiben die er gerade an seinen kindern vollzieht das ist ja das wo er geschrieben hat in dem sens schreiben die die ich liebe erziehe ich in strenge und das ist etwas was wir nicht zur seite schieben wollen wir wollen geistlich feststehende menschen sein die anderen dienen können fest gegründet stark im herrn und in der macht seiner stärke damit wir andere anleiten können stark in seiner bewegung voranzugehen und andere aus der finsternis in sein wunderbares licht zu rufen lass uns ein gebetshaus sein lass uns ein haus des gebete sein ein haus was wir selbst sind lass in uns wirklich dieses gebet aufsteigen und das mitten in den erschütterungen die zunehmen werden das mitten in dem wo der herr uns neu beschenken und ausrüsten will wo soll dieses fiasko enden herr und er antwortet in herrlichkeit du bist du bist segen du bist zum segen gesetzt für andere und du bist das volk des eigentums ich habe heute nachmittag zum abschluss sage ich das noch ein hat mir jemand einen text geschickt und das ist ein gebet und ich dachte das passt jetzt sehr gut hier zu diesem schreiben von laudizea und zu diesem prüfen und zu diesem kaufen von jesus und das möchte ich dir vorlesen und dann wollen wir noch kurz miteinander beten martin kommst du da noch dazu vater im himmel wir danken dir für deinen ewig gültigen plan deine absichten mit unserem leben und dem leben all derer mit denen wir verbunden sind und wir danken dir für deine ewigen guten absichten für unser land das licht deiner herrlichkeit wird aufgehen und hell leuchten und sichtbar werden für alle und alles ans licht stellen was jetzt noch im verborgenen ist licht wird über denen aufleuchten die jetzt noch in finsternis wandeln das ist deine verheißung das beste liegt noch vor uns wir sind die die sich erheben wir gehören nicht zu laudizea wir sind die die an den platz gestellt sind den du uns gegeben hast du bist der herr der gnade hat und der seine absichten hervorbringen will herr du hast uns autorität gegeben über alle machenschaften des feindes und unsere augen sind geheilte augen wir richten sie auf dich weil wir wissen dass du etwas übernatürliches vor hast dass die größte geistliche erweckung in der geschichte der erde einleiten wird und eine geistliche erweckung eine erweckung in unserem land vorantreiben wird herr gib uns augen um das zu sehen was du tust gib uns ohren die hören damit wir hören was du uns sagst gib uns mutige herzen die bereit sind deine absichten zu erkennen zu tragen und sie hervor zu bringen heiliger geist wir danken dir für offenbarung deines weges der weisheit die du uns gibst damit wir das böse zurückdrängen können die göttliche ordnung wiederherstellen den frieden sichern und dein reich voranschreiten sehen können wir verkünden dass die herausgerufenen sich erheben mit geschlossenen schilden und dem klang des sieges in ihrem mund die pforten der hölle werden uns nicht überwältigen und unser land und die menschen in unserem land werden gerettet werden wir werden die linie halten wir werden nicht zurückweichen wir werden unsere knie nicht beugen vor irgendwelchen systemen sondern wir sind gottes volk und ich glaube dass gott mehr für uns hat halleluja wir danken dir dafür dass wir als dein volk unser vertrauen komplett auf dich setzen wir wollen nicht arm blind und bloß sein sondern wir wollen Leute sein die von dir das empfangen was du im Geist für uns hast wir wollen uns nicht täuschen lassen indem wir auf irgendwie Äußerlichkeiten schauen sondern wir wollen Leute sein die wirklich im Geist aufgebaut sind gestärkt sind und das tun was du möchtest dann reicht guter und dir wohlgefälliger weise bauen wir stellen uns hier neu zur Verfügung gebrauche uns in dieser Zeit wir wollen nicht satt sein und zufrieden sein und mit irgendwas wie soll ich mal sagen so einfach abgefüllt sein sondern wir wollen wirklich Leute sagen Herr da ist viel mehr und wir wollen da hineinpressen hineingenären und das bitten wir dass du diesen Hunger in uns gibst dieses Verlangen in uns gibst ja gerade in dieser Zeit wo es so katastrophal für viele Menschen ist sollen wir diejenigen sein die in die Hand reichen und sie in das ewige Leben hineinführen Herr was für ein was für ein vorrecht Herr wir segnen jeden der das Wort gehört hat wir segnen jeden der jetzt auch in seinem Herzen prüft wo habe ich Augen die nicht sehen und wir proklamieren geöffnete Augen des Herzens wir proklamieren gesunde Augen gesunde Sicht gesunde Unterscheidung durch den Heiligen Geist von Gut und Böse Licht und Finsternis Welt und Glauben Herr wir preisen und wir ehren dich für das Werk das du tust es wird Herrlichkeit sein die wir erleben Amen Amen wo wird das Dilemma enden genau das Fiasko das Fiasko in Herrlichkeit in Herrlichkeit was für eine Zusage was für eine geniale wie soll ich mal sagen visionsgebende Zusage wenn man das sich wirklich bewusst macht was das heißt egal was läuft egal wie es aussieht egal was für ein Blödsinn passiert egal was der Feind für Getue macht letztlich es geht in die Herrlichkeit des Herrn hinein Halleluja das ist wirklich stark und es gibt Visionen um durch dieses Tal auch hindurch zu schreiten es war auch sehr tröstlich also ich kann mich noch wirklich erinnern dass das wie so einen Push mir gegeben hat und ich war wieder ausgerichtet und wieder okay ich habe es verstanden ich weiß wo der Weg ist ja das war echt das war wirklich sehr sehr gut das war ist das war habe das war das war habe das war das war habe Untertitelung des ZDF, 2020